Über die Winterzeit mit Regen und Kälte hinweg, da helfen mir Rituale. Sie geben mir Halt und Struktur, auch in der Pandemiezeit. Nach den Gottesdiensten gehe ich zum Beispiel gerne Joggen. Jeder Schritt bringt festgefahrene Gedanken in Bewegung. Schon erblicke ich ein Schneeglöckchen. Dieses Zeichen der wieder auflebenden Natur zum Ende des Winters hin, das ist wie ein Geschenk. Es ist die Gewissheit von etwas Neuem, das kommt. Viel Neues erfahre ich in den Gesprächen mit den Menschen hier im Spreewald. Die Kinder erzählen mir zum Beispiel von ihrer Vorfreude auf das Pingelholen. Dabei besuchen sie an Ostern alle ihre Taufpaten und bekommen von jeder Person neben Eiern auch ein kleines Geschenk. Manchmal fällt das auch größer aus, wenn der Pate oder die Pate nicht pingelig ist. Geschenke erinnern mich an den Geburtstag. Mit der Taufe ist das ähnlich. Das Kind wird mit der Taufe hinein in sein geistliches Leben geboren. Mit der Taufhandlung wird Gottes Zusage an uns erfahrbar. Sie lautet, ich will mit dir sein. Damit schenkt Gott Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Das wird nach dem Taufgottesdienst gefeiert und jedes Jahr mit Geschenken erinnert. Wenn dann die eigene Konfirmation näher rückt, gehen die Jugendlichen zu ihren Paten, um sich zu bedanken. Diesmal bringen sie ihren Paten etwas mit. Wie wird der Pate reagieren? Die Aufregung und das schöne Kribbeln im Bauch sind dabei groß. Von der Vorfreude in diesen Erzählungen lasse ich mich gerne anstecken und über den Winter hin zum Frühling tragen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.